Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück. Heute wollen wir uns mit der Quantenverschränkung bzw. dem Entanglement, das ist dasselbe nur auf Englisch, beschäftigen wie letztes Mal versprochen. Dabei dreht es sich um Qubits, die miteinander verbunden sind. Und das ist schon eine ziemliche, ähm, nun ja, Besonderheit, möchte man sagen. Denn wir werden gleich sehen, wie dieses Entanglement eigentlich überhaupt funktioniert. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Kleine, ähm, nun ja, kleiner Spoiler vorweg. Ich kann euch nicht sagen, wie das Ganze funktioniert, also wie man die wirklich, warum die das machen, warum die miteinander verschränkt werden. Ich kann euch nur sagen, dass es funktioniert. Und es kann euch auch niemand anders sagen, warum das eigentlich funktioniert oder wie genau das passiert. Denn man weiß es einfach wirklich nicht. Man weiß nur, dass es passiert. Es ist bewiesen worden, dass es passiert. Man kann es messen, aber keiner hat irgendeine Ahnung, warum. Und das finde ich absolut fasziniert. Aber ja, lasst uns da mal genau reingucken. Denn eine Verschränkung, das können wir uns so vorstellen, die funktioniert nur, wenn die Qubits in Superposition sind. Das heißt, wenn ich nicht weiß, welchen Zustand sie haben. Also wenn sie aus irgendeinem Mixzustand sind, aus dem, ja, quasi, wenn sie da irgendwie einen Mixzustand eben haben, wie ich letztes Video auch erklärt habe. Dann kann ich eine Operation ausführen, sodass danach der Zustand von meinem Qubit B zum Beispiel von dem von Qubit A abhängt. Und dementsprechend hängt auch Qubit A von dem Zustand von Qubit B ab. Und das bedeutet jetzt, jetzt, also irgendeine Operation hat dazu geführt, dass die beiden miteinander verschmolzen sind. Und sie sind jetzt, zumindest laut Definition, wirklich ein einziges Teilchen. Auch wenn es immer noch zwei Atome sind, sie zählen als ein Teilchen. Denn es kommt immer exakt das Richtige raus. Das heißt, es kann sein, dass mein A auf On gemessen wird, also mein Qubit A wird auf On gemessen. Dann bekommt Qubit B automatisch Off, wenn ich jetzt zum Beispiel als verschränkende Operation einen Satz sage wie, Qubit B ist genau das Gegenteil von Qubit A. Dann kommt auf jeden Fall bei Qubit B Off raus, wenn bei Qubit A On rauskommt. Ich habe aber immer noch eine 50% Wahrscheinlichkeit bei der Messung, dass Qubit A On oder Off wird. Das kann man so wirklich nachmessen. Die Chancen sind wirklich 50%. Wenn dann halt bei A Off rauskommt, kommt bei B ein On raus. Und diese Quantenverschränkung, die ist unfassbar robust. Nehmen wir jetzt also einfach mal an. Wir haben verschränkte Quanten. Ja, also wir haben jetzt zum Beispiel einfach gesagt, Qubit B ist das Gegenteil von Qubit A. Und jetzt nehmen wir das eine Quantenteilchen und fliegen mit dem 100 Lichtjahre lang in eine Richtung. Ja, mit Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, wir sind wirklich unfassbar weit weg. Und jetzt führe ich irgendeine Operation auf meinem Qubit A aus. Ja, zum Beispiel irgendeine mathematische Operation oder ich packe da eine Nachricht rein, um die an B zu schicken. Es funktioniert immer noch. Das heißt, wenn ich danach meine Qubits messe, diese Quantenverschränkung, die den Zustand definiert hat, also dass B immer genau das Gegenteil von A ist, die gilt immer noch. Und die gilt nicht erst nachdem das Licht 100 Lichtjahre wieder zurückgegangen ist, also dass man da quasi 100 Jahre lang auf das Ergebnis warten muss. Nein, die gilt sofort. Das heißt, wir haben hier quasi die Möglichkeit, Lichtgeschwindigkeit zu überbrücken. Und das wurde tatsächlich im Labor getestet. Das heißt, wir haben hier etwas, das nicht über Lichtgeschwindigkeit kommuniziert, sondern wirklich schneller. Ja, und das ist absolut faszinierend. Das heißt, wir können quasi Daten sofort übertragen. Also wirklich sofort. Die sind miteinander verschränkt. Das bedeutet, sie sind ein Teilchen, das ich aber irgendwie, warum auch immer, aufteilen kann und mehrere hundert Lichtjahre voneinander wegpacken kann. Es ist immer noch ein Teilchen. Und das ist das komplett Bizarre daran, das euch niemand erklären kann. Ja, also nochmal zusammenfassen. Wir wissen nicht wie, wir wissen nicht wieso. Und es konnte auch keine messbare Verbindung irgendwie gefunden werden. Also, dass die Teilchen wirklich irgendwie miteinander verbunden sind. Da konnte man einfach nichts feststellen, was da irgendwie gemacht wurde. Aber es passiert einfach. Diese Effekte sind da, die sind messbar und die werden auch tatsächlich verwendet in der Quantenprogrammierung. Die könnt ihr selbst verwenden. Das ist das Tolle daran. Ihr könnt mit diesen Effekten schon rumspielen. Und ja, kleine Anmerkungen habe ich allerdings noch zu dem Video. Ich habe immer das Beispiel On-Off genommen. Das kann natürlich auch sein, dass die beiden genau dasselbe immer sagen. Also, wenn ich auf eins On sage oder On messe, dass dann das andere auch On gemessen hat. Also, das geht natürlich auch. Und ich bin nicht beschränkt auf zwei Quanten, die ich miteinander verschränken kann. Sondern ich kann beliebig viele Quanten miteinander verschränken. Also, ich kann zum Beispiel auch hergehen und sagen, hey, ich verschränke jetzt 500 Millionen Quanten, falls wir jemals so einen geilen Quantenrechner haben. Kann ich die alle miteinander verschränken. Überhaupt kein Problem. Kann ich machen. Achtet aber darauf, denn wenn eure Quanten gemessen werden, also eure Teilchen gemessen werden, dann sind die nicht mehr miteinander verschränkt. Das ist eine Einwegstraße. Das heißt, sobald ihr messt, ist die Superposition aufgehoben. Und die Verschränkung ist damit auch aufgehoben. Das heißt, es ist alles absolut nicht mehr miteinander verbunden. Das heißt, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, eine direkte Nachricht senden wollt, also zum Beispiel, ihr trefft euch mit einem Freund und teilt da quasi Quanten aus und wollt mit denen kommunizieren, dann könnt ihr nicht einfach die ganze Zeit hergehen und eure Nachricht in die Quanten reintun, sondern die Quanten, ja, also wenn ihr die Nachricht in die Quanten irgendwann mal reingetan habt, wenn ihr zum Beispiel in, I don't know, Australien seid und habt die Superpositionsquanten dabei mit euch in eurem Handy und genau, ich habe meine Quanten bei mir und ihr schreibt eine Nachricht rein und ich lese diese Nachricht. Dann kann ich danach nicht mehr hergehen und euch eine Nachricht zurückschicken mit denselben Quanten, denn die Superposition und damit auch die Verschränkung sind aufgehoben und die haben dann nichts mehr miteinander zu tun. Das sind wieder zwei Teilchen, also ich habe quasi wieder aus dem einen Teilchen, was ich verschmolzen habe, habe ich sozusagen wieder zwei gemacht, ja. Das heißt, das funktioniert nicht. Wir können also nicht unendlich Nachrichten einfach transferieren, aber einmal würde das durchaus gehen und da ist natürlich dann auch die Möglichkeit, sehr, sehr viele Daten zu übertragen, denn ich habe ja auch wirklich sehr, sehr viele Quanten, die ich da, oder sehr, sehr viel Inhalt, den ich mit zum Beispiel 250 Quanten darstellen könnte. Also das ist natürlich auch relativ interessant. Und selbstverständlich kann man dadurch Sachen auch nochmal parallelisieren, da ich einfach eine Operation nicht nur auf einem Quantenteilchen ausführen kann, sondern auch auf mehreren Teilchen. Aber das weiß man leider noch nicht genau, wie das funktioniert, weil soweit ist leider die Forschung noch nicht. Da reiche ich dann selbstverständlich Update-Videos nach, wenn wir dann soweit mal sind. Ja, ich hoffe, ihr fandet das genauso mindblowing und faszinierend wie ich. Ich möchte hier, wie gesagt, in dieser Serie nicht auf die Physik eingehen. Ähm, falls ihr das wollt, kann ich nochmal versuchen, mich da einzulesen, aber das letzte Mal, als ich mich da eingelesen habe, bin ich etwas gescheitert. Das ist nämlich nicht das einfachste Thema. Ich habe allerdings die Informatikersicht zumindest verstanden und das reicht mir persönlich, ehrlich gesagt, auch. Ähm, und ja, wer natürlich Bock hat, der kann da sehr, sehr viel drüber lesen. Wir gehen allerdings ab nächstem Mal in die Programmierung rein. Das heißt, wir werden mit Q-Sharp starten. Allerdings werden wir trotzdem nicht C-Sharp dafür benutzen, sondern wir werden das Ganze mit Python programmieren, weil Python einfach die Sprache ist, die am einfachsten lesbar ist, meiner Meinung nach, und die auch die meisten hier auf dem Kanal können. Die ist wirklich für alle da und ihr könnt das ganze Ding natürlich schreiben, wie ihr das wollt, aber ich möchte euch so ein kleines bisschen Intro geben, wie man das Ganze eigentlich macht und wie man damit jetzt schon Algorithmen schreiben kann. Wunderbar, das war es von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.